So, heute gibt es mal ein sogenanntes Wettkampfessen, Belohnung für einen Wettkampf. Da war doch tatsächlich vor kurzem einer in der Lage und hat gesagt, ich sollte mir nach einem Wettkampf was von McDonald's gönnen. Hallo, geht's noch von McDonald's? Das geht mir gar nicht. Weder vor Wettkampf, noch während des Wettkampfs, noch unmittelbar nach einem Wettkampf, noch als Belohnung, das kommt mir nicht in die Tüte. Achso, ja, hier seht ihr mal, was das Ganze ist. Und das ist Belohnungsessen für den deutschen Meistertitel. Und Sponsor. Hier, ich habe das T-Shirt an. Nicht vergessen, ich hätte gerne noch eine Kompressionshose für die Kniebeuge, für die Beinpresse. Also, ich habe meinen Soll erfüllt. Jetzt bekomme ich demnächst noch eine Kompressionshose. Und das sind Kompressionsshirts von der Firma Entorch. Ich stelle einfach die Webadressionen drunter. Ein bisschen Schleichwärmung muss sein. Also, wie gesagt, never go to McDonald's. Ist auf jeden Fall mein Stichwort. Ich möchte nicht meinen Körper vermüllen, sondern wenn er was bekommt, bekommt er was Hochwertiges. Denn nur so funktioniert er auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und ich lasse mir es jetzt schmecken. Und ich liebe euch noch ein paar Hmmm. Vielen Dank.